Assalamu alaikum wa rahmatullah und herzlich willkommen kleiner Muslim. Bei den Banu Israel war ein Mann, der As-Samiri genannt wurde. Und dieser Mann hat etwas Schreckliches und etwas sehr, sehr Böses getan. Er hat die Banu Israel in die Irre geführt, nachdem Musa sie eine Zeit lang verlassen hatte. As-Samiri hat die Banu Israel dazu gebracht, ein Tier anzubeten statt Allah. Und wie es dazu kommen konnte, davon möchte ich dir heute erzählen. Die Banu Israel haben nämlich, nachdem sie das Meer überquert hatten, viel Schmuck von den Leuten von Fir'aun bei sich gehabt. Manche sagen, dass sie den Schmuck bei dem ertrunkenen Volk von Fir'aun gefunden haben, nachdem Allah diese vernichtet hatte. Und manche sagen, dass die Banu Israel sich den Schmuck von den Leuten Fir'auns ausgeliehen haben, bevor sie Richtung Meer gezogen sind. Und als Musa nun nicht mehr bei den Banu Israel war, als er gegangen ist, um Allahs Worte zu hören, haben sie sich die Frage gestellt, was sie nun mit diesem ganzen Schmuck tun sollen. Zurückbringen zu den Leuten von Fir'aun können sie ihn nicht mehr. Sie sind ja nicht mehr am Leben. Aber den Schmuck einfach zu behalten, war vielleicht auch keine gute Idee. Es war ja eigentlich gar nicht ihr Schmuck. Und es war für sie auch nicht erlaubt, einfach Sachen von anderen bei sich zu behalten. Man sagt, dass sie dann folgende Entscheidung getroffen haben. Sie graben erstmal eine große Grube, also ein großes Loch in der Erde, und werfen dann den ganzen Schmuck dort rein, alles was sie haben. Dort lassen sie ihn und warten, bis Musa zu ihnen wieder zurückkommt. Dann können sie ihn fragen, was sie mit dem Schmuck machen sollen. Musa wird bestimmt Wissen haben von Allah und kann ihnen sagen, wie sie sich verhalten müssen. Kleiner Muslim, erinnerst du dich daran, dass ich dir erzählt habe, dass der Engel Jibril auch am Meer war an dem Tag, an dem Fir'aun ertrunken ist? Man sagt, dass As-Samiri Jibril damals gesehen hat. Er hat gesehen, wie Jibril auf einem Pferd geritten ist. Und dann hat As-Samiri ein Stück von dem Boden genommen, auf dem das Pferd geritten ist. Und dieses Stück hat er dann auch in diese große Grube geworfen, in der der ganze Schmuck war. As-Samiri hat dann aus diesem Schmuck ein goldenes Kalb für die Banu Israel herausgeholt. Ein Kalb ist das Kind einer Kuh, also quasi der kleine Sohn einer erwachsenen Kuh. Manche sagen, dass er es einfach aus dem goldenen Schmuck geschmiedet hat, also geformt und zusammengebaut hat. Und dieses Kalb, was As-Samiri für die Banu Israel aus der Schmuckgrube geholt hat, hat geblökt. Was bedeutet das? Blöken ist dieser Schrei, den Kühe und Kälber von sich geben. Viele nennen es auch Muren. Manche sagen, dass es sich für die Banu Israel nur so angehört hat, als ob dieses Kalb wirklich geblökt hätte, weil der Wind von hinten in das Kalb wehte und von vorne wieder heraus wehte, wodurch dann dieses Geräusch entstanden ist. Und manche sagen, dass das Pferd von Jibril ein sehr besonderes Pferd war und dass Allah diesem Pferd eine außergewöhnliche Eigenschaft gegeben hat. Wenn es nämlich etwas berührt, wird das, was das Pferd berührt hat, mit Allahs Erlaubnis zum Leben erwecken. Und so sagen sie, dass nachdem As-Samiri die Erde von der Spur dieses Pferdes in die große Grube geworfen hat, dass Allah das Kalb aus dem Schmuck dann wirklich zum Leben erweckt hat und es tatsächlich hin und her gelaufen ist und dabei blökte. Damit hat Allah die Banu Israel geprüft, um zu sehen, was sie nun damit machen werden und wer von ihnen wirklich an Allah glaubt. Aber die Banu Israel waren sehr, sehr schwach in ihrem Glauben. Als sie das Kalb gesehen und das Blöken des Kalbs gehört haben, haben sie sich unglaublich darüber gefreut und angefangen, das Kalb so sehr zu lieben, wie sie sonst vorher noch nie irgendetwas anderes geliebt haben. Bis einige von ihnen so verrückt nach diesem Kalb waren, dass sie sich eingeredet haben, dass in Wahrheit dieses Kalb der Gott ist, den sie anbeten sollen. Sie sagten, das ist euer Gott und der Gott von Musa. Dieses Kalb ist euer wahrer Gott und der Gott, zu dem Musa gehen wollte. Musa hat seinen Gott hier bei uns gelassen, ohne es zu merken. Wahrscheinlich sucht er immer noch nach ihm und ist deswegen so lange weg. Und so hat As-Samiri die Banu Israel dazu verleitet, dieses Kalb anzubeten und damit die Wut von Allah auf sich zu ziehen. Kannst du dir vorstellen, dass jemand wirklich ein kleines, blökendes Tier anbetet, statt den allmächtigen Herrn der Welten? Wie wenig die Banu Israel doch verstehen, wie wenig sie begreifen. Sehen sie denn nicht, dass dieses Kalb nicht mal zu ihnen sprechen kann? Dass es ihnen nicht antwortet, wenn sie mit ihm reden? Sehen die Banu Israel denn nicht, dass dieses Kalb ihnen weder nützen noch schaden kann? Harun war natürlich sehr besorgt darüber, dass die Banu Israel so sehr in die Irre gegangen sind. Und außerdem sollte er ja eigentlich auch für Ordnung sorgen unter den Banu Israel und auf sie aufpassen. Aber welche Ordnung kann es überhaupt geben in einem Volk, was ein kleines, blökendes Tier anbetet? Harun hat sie eindringlich vor ihren bösen Taten gewarnt. Sie sollen sofort damit aufhören, bevor sie ganz schrecklich bestraft werden. Harun hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt, mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Allah prüft und testet euch mit diesem Kalb, um zu sehen, wer von euch wirklich an Allah glaubt. Also passt auf, dass ihr euch nicht falsch verhaltet. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ Gewiss, euer Herr ist Ar-Rahman, Allah, der Al-Aba'ma, nicht so ein Kalb. فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي So folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Aber die Herzen der Banu Israel waren voll mit der Liebe zu ihrem Kalb. قَالُوا لَنَّ بِرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى Sie sagten, wir werden nicht davon ablassen, uns seiner Andacht hinzugeben, bis Musa zu uns zurückkehrt. Wir werden nicht aufhören, bei unserem Kalb zu bleiben und es anzubeten, bis Musa wieder da ist. Egal, wie oft Harun sie zu Allah aufgerufen hat, egal, wie oft er mit ihnen gesprochen hat, sie wollten einfach nicht auf ihn hören. Sie wollten nur noch bei ihrem Kalb sein und es hat sie auch gestört, dass Harun sie zu Allah aufruft. So sehr, dass sie ihn beinahe sogar getötet hätten. Harun hatte keine Macht gegen die Banu Israel. Was sollte er bloß tun? Sollte er diese Tieranbeter vielleicht lieber verlassen und nur diejenigen mitnehmen, die das Kalb nicht angebetet haben? Naja, aber Musa hat ihm doch eigentlich gesagt, er solle bei den Banu Israel bleiben. Wenn er jetzt geht, dann würde Musa ihm vielleicht Vorwürfe machen und sauer sein, dass Harun die Banu Israel verlassen und voneinander getrennt hat. Harun ist nichts anderes übrig geblieben, als bei ihnen zu bleiben und sie immer und immer wieder vor Allahs Strafe zu warnen. Und während all das passiert ist, war Musa immer noch an dem Ort, wo Allah zu ihm gesprochen hat. Aber als Allah Musa dann berichtet hat, dass sein Volk in die Irre gegangen ist, ist Musa zornig und außer sich vor Wut zu seinem Volk zurückgekehrt. Was wird Musa jetzt tun, wenn er wieder bei den Banu Israel ist und mit seinen eigenen Augen sieht, was sie getan haben? Kleiner Muslim, das erfährst du insha'Allah beim nächsten Mal. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullah